Wir sollten laufen. So, jetzt wir sollten laufen. Aber ganz schnell. Blau. Scheiße. Oh, verdammt. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns aufbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich geb dir Deckung und dann rennst du. Wohin? Oh Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Chuck. Das tat schon beim Hingucken weh. Henry. Er wacht auf. Hey du. Wir leben. Okay. Und? Was hab ich gesagt, hm? Alles klar. Das geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschlüpfen. Was ist dein Problem, Mann? Henry. Hey. 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 Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp. Joel. Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein. Ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Wärt ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Nope. Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären entrunken. Leute, kann mal bitte jemand von den Mods eventuell den Clip machen von dem, was ich gerade gesagt habe und das in den Befehl reinhauen? Ich glaube, das ist ein bisschen netter als der Text, der da steht. Und auch ein bisschen verständlicher. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Clip. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal rum. Ja. Vielleicht finden wir was. Auf meinem Channel sind Clips nicht deaktiviert, nein. Das war heftig. Alles klar? Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Na, dann mal los. Hey, Mr. Krabs. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Das ist eine coole Idee. Die Idee, die auch schon, Eddie. Augen aufhalten. Ich bin schon dabei. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. der feier bei anhänger alexa dankeschön für drei monate maga oder wir haben das ja da habt ihr aber lange gesucht für diesen weg der war ja super versteckt ich werde das führt da ganz durch ok zu haben wir mal da los okay kommt kinder los na gut auf geht's du bist heute lampen raus ich lasse das begriffen toll hola Coole Frage. Ja, den gehen wir hier lang. Mir auch nicht. Oh. Das ist ein riesiger Raschus. Ah, ja. Hey, Sventi, moin. Und... Sesam, öffne dich. Dann gehen wir mal kurz nach hier. Hier lang. Vorne ist eure Weg zu sein. Äh... Nein, hier. Nee, warte mal. Hier ist gerade eine Tür offen. Wie? What? Ah, hier gibt's nur Stuff. Oh. Äh... Wie viel haben wir denn jetzt? 50. Hm. Das kostet 100. Oh. Oh. Das mit dem Messer wäre gar nicht so schlecht. Äh... Muss man das Deutsch eigentlich vor jedem Stream einschalten? Bei mir ist es immer auf Englisch. Nee, bei mir ist es auf Deutsch. Coach, kann es sein, dass du deine Playstation auf Englisch hast? Meineaissez nicht mehr. Oh... Oh. 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 wenn wir nicht hier raus ja aber wahrscheinlich müssen wir dafür so kann hier eigentlich keine schwimmen aus der johle dann machen wir auf den laden ein generator hier bleibt Ah, geklemmt. Nee, ist auf Deutsch. Komisch, Kurt. Ich sehe mich mal um. Bleibt wachsam. Okay, hier gibt es so ein bisschen Zeug. Äh, FB Bach, moin. Ich grüße dich. Ah, ja. Komm, hier, ist moin. Okay, das ist schon mal super. Damit können wir Ellie transportieren. Ich bin ein bisschen, äh, interessiert, was hier hinter ist. Oh, scheiße. Ja, ich bin noch ganz. Neuer. Na ja, so richtig gelohnt hat sich das jetzt nicht. So wirklich gelohnt hat sich das jetzt nicht für Vierschrubbind-Position. Na ja. Na los, Ellie. Na, also. Sehr schlau. Ah, es wird Zeit und viel rauskommen. Sieh nach, ob der Generator noch da ist. Der Tape konnte ich nicht aufheben. Mir geht gar nicht. Okay. Aber ich geh jetzt nochmal, guck mal schnell. Also, der Tape konnte ich nicht aufheben. Davon habe ich genug. Also, so viel, dass ich nicht mehr mitnehmen kann. Leichnen haben auch nichts. Oder? Wer hat nichts? Wer hat auch nichts? Hier ist halt noch Ducktape. Aber Ducktape haben wir genug. Also vergessen haben wir nichts. Alles gut. Also, wir sollten jetzt los. Komm schon. Wir sind schon Profis da drin. Ja. Das stimmt. Schon halbe Weltreise gemacht. Zusammen. Oh. Stufe 3. Gehen wir da wirklich rein? In eine andere Wahl. Doch klar gehen wir da rein. Wo? Eine Akustikfall. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Ich meinte, dass ihr für ein guter Stöck geht. Hurra. Ah ja. Oh, eine Schrotflinte. So, hier geht irgendwie... Ellen, nicht... Beruhig. Hey Sam, stell dich mal da rüber. Okay. Bereit? Okay, mach schon. Du willst also hier rumstehen? Ja, elf Meter jetzt, oder was? Das ist ein Pfiff. Oh. Hast du das gesehen? Sehr gut, hier ist nix. Hörst du das? Infizierte. Ach, leise. Achem. Achem. Das war's. Mann! Sag mal! Tja, wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Ah, ja, das nächste Mal. Hallo? Oh, von 5Fab zu 0Head. Ich denke mal, die ganze Zeit, das macht, der Controller macht. Ich weiß nicht, ob mein Controller kaputt ist, oder, äh. Nee, ich glaube, der Controller klingelt einfach nur. Es hört sich so an wie die Lampe. Kriegst du die Notizen? Nee. Nicht wirklich. Ich muss das vor Speedway runterstellen. Ja, alles okay. Das weiß ich, ich hab ein Sicherheitstor ausgelöst, oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Ich glaube nicht. Also, das ist seltsam. Ja. Schwarz. Flicker! Was? Ey, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg! Verschwindet! Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier! Pass auf ihn auf! Los! Fünf Klicker! Uh-oh. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Ich verkizei uns voll. Er? Er? Kommen wir zu dem Teil, wo wir einfach nur Granaten benutzen. Ich glaube, wir werfen mal ein paar Granaten. Ich hatte die falsche Waffe in der Hand. Ich habe die falsche Waffe in der Hand. Ja, schleichen geht hier auch. Stimmt schon. Ich habe die falsche Waffe in der Hand. 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 Okay. Klaus, heute gibt es kein EFT. Ich spiele momentan nicht wirklich EFT. Ich habe Battlestate leider vergessen Bescheid zu geben. Ich habe ihn heute erst geschrieben, dass sie mich da rausnehmen sollen. Wäre halt angenehm, wenn sie es machen könnten. Das hier gibt es kein EFT. Also, kein EFT, aber kein EFT. Also, Drops, aber kein EFT. stand gerade so schön ich habe zu weit geworfen ich habe nur gerade leise gesprochen Buchhalter Buchhalter Das war jetzt nicht so schön. Naja. Oh. Oh! Oh, hier sind noch so viele, ne? Oh! 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 Almost, chat, almost, 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 almost. Oh! Oh! Du warst gut. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Da hätte ich keine Idee, wie man hätte das anders lösen können. Also, ob man hätte schleichen können oder so, I don't know. Das hat ne Menge Munition geforstet. Ja, ich hätte mich erst mal freuen können. Ja, ich habe mich schon ein paar Mal durchgeschlichen mittlerweile. Ich habe mich schon ein paar Mal durchgeschlichen. Ja. 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 Ja.